Gehen Sie sich doch kurz Ferien auf dem Rhein und verbinden Sie Kulinarik mit einer Schifffahrt durch unsere Stadt. Geniessen Sie raffinierte Gerichte und kreative Tagesmenü auf dem Lunchboat der Basler Personenschifffahrt. Immer vom Zistig bis am Samstag über den Mittag. Buchen können Sie das Lunchboat am Telefon oder übers Internet.